hey hallo schön dass du eingeschaltet hast herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist ina und ich nähe heute ein accessoire für den herbst und dafür mache ich mir ganz schnell ein einfaches schnittmuster und zwar habe ich hier zwei alte kalenderblätter im diener 4 format die klebe ich mal eben an der langen an einer der langen kanten aneinander und schon ist mein schnittmuster fertig und hier sind meine stoffe das ist musselin hier habe ich schon mal ein bisschen nach farben sortiert so grüntöne und lila das sind zum teil einfach gekaufte stoffe vom trödel habe ich auch einiges und ich habe auch ein paar klamotten geschenkt bekommen die ich hierfür verwenden kann nun schneide ich halt mit meinem schnittmuster rechtecke zu und zwar acht stück es fehlen noch ein paar stücke dann nehme ich noch hier diese töne dazu und nun habe ich acht teile geschnitten und jetzt lege ich die an diesen kanten aneinander das heißt ich lege das erstmal so vor mich hin und schau mal wie mein schal dann von den farben her werden soll als nächstes stecke ich die ganzen teile rechts auf rechts sofern man bei musselin rechts erkennen kann rechts auf rechts aufeinander es wird ein schal aber diesmal ein schmaler schal ich habe ja schon mal vor zwei jahren glaube ich hier in den schal gezeigt der ist aber super breit ich hatte den jetzt schon mal an so am abend als es frisch wurde und habe gedacht nähe so was dickes das möchte ich jetzt noch nicht anziehen und deshalb gibt es jetzt eine schmale variante nun werden die ganzen teile hier zusammengenäht da kannst du eine nahtzugabe von einem zentimeter nehmen oder auch füßchenbreit dann wird der schall halt ein bisschen länger alle nähte aufeinander steppen nacheinander und dann geht es weiter damit bin ich schon mal fertig und nun lege ich die rechte seite nach oben und klappt das so aufeinander dass die nähte aufeinander treffen und steckt das an den nähten und eventuell auch dazwischen mit ein paar klammern zusammen die beiden enden vom schal schneide ich so diagonal ab das sind circa 30 grad an einem von den rechtecken markiere ich nun noch eine wende öffnung die ist circa zehn zentimeter groß und dann wird das ganze zusammengenäht die nähte werden natürlich wie immer gut verriegelt die bände öffnung ist groß genug so dass man mit der hand hinein fassen kann und die ecken als erstes nach außen schieben aber halt die werden erst noch ein bisschen abgeschnitten nun das ganze auf rechts wenden und eventuell mit einem stäbchen halt irgendwie die ecken noch ein bisschen nach außen schieben aber vorsichtig die wende öffnung nicht von hand zu und zwar nehme ich dafür den sogenannten zauberstich das heißt ich steche immer rechts und links auf der nahtzugabe in den stoff und zieht das am ende so ein bisschen zu nicht zu doll damit das nicht so kräuselig wird und dann verknot ich den faden und dann ist der schal fertig schön schmal richtig schönes accessoire und mich hat süchtig gemacht ich musste direkt noch ein paar andere farbkombinationen ausprobieren und so sieht das ganze getragen aus ein schöner bunter schal schön dekorativ ein bisschen wärmend aber nicht zu dick ich hoffe mein video hat dir gefallen und ich freue mich natürlich total wenn du mir einen daumen hoch da lässt und falls du lust hast einen kommentar zu schreiben freue ich mich auch immer riesig vielen dank fürs zuschauen und bis dann